Ein Stück, willst du es weiter machen? Hm? Ja, okay, okay, okay. Ja, ne, sonst hängt der direkt in der Lampe. Ist ja kein Problem. Ah, sieht aber doof aus, oder? Ah, ne, die hängt ja dann... Ah, ne, ist ja nicht in der Lampe, das ist ja dann... Ja, stimmt. Ja... Alter, ich hab schon wieder... Ich war grad eben fast voll. Müsst ihr da schon wieder essen? Alter... Ist doch nicht mehr normal, wie viel der in mein Trist. Fett Sack. Wo sind die Katowste? Katowste... Ich glaube, wir haben keine mehr. Da sind auch 15 Samen. Also es gibt immer diese Samen. Also es gibt immer diese Samen. Okay, ja, dann... Oder, ne, wir... Wir sollten die besten in diesem Orangeton machen. Dieser Orang-Gelb-Ton. Das sieht nämlich besser aus, als das rote, weil das rote ist dann zu dunkel. Gibt es mit den Lampen, oder... ...dennächst vielleicht ein bisschen heller machen, ne? Oder? Oder? Was schätzt du? Hm... Wie meinst du jetzt heller machen? Wie kannst du die Lampen an sich noch verstanden? Ja, die Abstände müssen. Vielleicht nur ein zweiter Reihen, also jeweils, oder? Weiß es gar nicht. Cool, mit den Sprengneranlagen. Wie weit ist das jetzt? Wie viele Blöcke? Also bis hier hinten geht der. Ich stelle den nächsten einfach mal mittig, das heißt ungefähr hier. Nein, nein, das heißt, ich kann ja hier ein bisschen weitergehen. Ja, ich auch. Entweder so, oder halt... Ich würde das gerne maximal ausweizen. Mit jeweils zwei Sprengnern auf einer Etage. Ja, wie weit ist das jetzt eigentlich gegangen? Setz dir mal dahin, wo du jetzt stehst. Ja, warte, mal so hier so hin. Guck mal, wie weit er geht, ansonsten baue ich schon ein bisschen weiter. Ja, müsste es bis hierhin schon gegangen sein. Das heißt, ich baue ein kleines bisschen weiter. Guck erstmal, was links ist mit der Ecke. Ja, genau, deshalb baue ich den ein bisschen weiter. Ja, vielleicht passiert ja noch was am Ende, weil die Dinger fliegen ja noch ein bisschen. Ja, guck, Ende ist drin. Ja, weil ich den ein bisschen weiter gesetzt habe. Okay. Und der ungefähr, der... In die andere Richtung ging ja ungefähr, wo ich jetzt hier stehe. Könntest du aber auch theoretisch abzählen. Ja, das ist blöd. Ich will nicht sehen. Also ungefähr hier. Aber du kannst ja den nächsten Sprengler exakt da drunter setzen. Ja, ja, das mache ich auf jeden Fall. Dann sehen wir nämlich auf jeden Fall, wo der hingeht. Du kannst ja, wenn du möchtest, dann die weißen Steine noch ein bisschen farblich markieren. So in diesem gelben oder orange Ton. So ein bisschen was zu dir kommt. Dann kannst du einen Stein hinsetzen, einen fallen finden. So ein komischer steuer. stein bitte hier daneben genau neben dem in der lampe den schwarzen den hier noch einstein ein bisschen höher und 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 Oh, Mist, was wollte ich denn jetzt? Ähm. Ach ja. Die Apotheken kam. Was haben wir denn da so? Was haben wir denn? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nein, das regnet. Die Borgner, die Deutschmeier. Ah, das war ich so, dass ich das hier. Was ist das hier? Ich glaube das reicht. Jetzt habe ich gerade alles gesehen. Was ist das hier? Das war's doch gut. Das Spinnrad wolltest du noch reinstellen, ne? Ich weiß es nicht. Wäre es notwendig? Ich weiß es nicht. Das ist nicht unbedingt notwendig. Das ist wahrnose Überlegung. Es geht da letztendlich nur um diese Wovenfabriks. Und Dumpfarbe. Ich könnte es vielleicht woanders reinstellen. Wo ist der Wagen hinten? Da ist er. Ach, jetzt fehlt der Boden hier noch. Und irgendwo hier müssen wir noch einen Transport hinsetzen. Wir müssen uns noch entscheiden wo wir ihn hinsetzen. Oh. 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 Ah, jetzt hätte man in diesem Lager eigentlich ganz gut testen können, in diesem Labor. Wollte nämlich wissen, ob man, was ist, wenn du die Schienen, die da unten gehen, mit diesem Haken runterrollst. Das hab ich mal vergessen. Ich auch. Ich glaub, da hat jemand Hunger. Nein. Doch, glaub ich, dass du Hunger hast. Ich glaub's. Kannst du natürlich nicht bewalten. Ich glaube, es war nichts. Verdammt. Was ist so? Theoretisch müssten wir den Boden... Ah, der untere Boden ist leicht, ein wenig Stück zu tief. Also, na gut, das ist nicht so wichtig. Da haben wir halt nicht den optimalsten Abstand der Springklau. Weil die unteren Springklau, da tropfen die, die tropfen ein klein bisschen ab. Aber eigentlich ist es, im Grunde ist es egal. Weil es nur ein Feld ist. Also ein Block. Ich hab's jetzt eh nicht ganz verstanden. Ich komme runter. Kann ich nicht hier rein. Ich versteh jetzt nicht ganz, was du meinst. Guck mal, die hellen Stellen da und die hellen Stellen da unten. Vielleicht verstehst du's ja dann. Du meinst, die Lampen. Springkler. Ja, und du hast gesagt, guck mal, das ist helle. Die helle Stelle hier unten unter mir und die helle Stelle da oben unter mir. Was sagt dir diese helle Stelle? Was sagst du denn mit einer hellen Stelle? Bei mir ist alles schwarz. Oder meinst du diese, die ertrockene Erbe? Da, guck mal, hier, hier, trocken, hell. Dann sag doch trocken. Hier, dunkel, euch. Ja hell ist, das ist doch heller. Guck mal, das braucht, wir brauchen das hell. Wenn ich hier stehe, ist, geh mal weg. Wenn ich hier stehe, ist das schwarz. Ja, aber ich stehe doch direkt daneben. Das siehst du doch, wie das ist. Ich stehe direkt daneben. Das liest man doch. Ja, wie? Trocken, okay. Ja, trocken. Ja, was ist da mit? Und da oben? Guck sie dir doch da mal an. Was fällt dir auf? Ja, das ist halt ein Feld trocken jeweils da oben und da unten halt zwei. Ja, das war das Ding. Darum ging es mir. Ja, dann kannst du oben eins wegnehmen und oben zwei wegnehmen. Oder Hallen anbauen. Nein, der Sprinkler hier, der ist ein bisschen, also der Boden hier ist ein bisschen zu tief. Das meine ich da oben nicht. Die Tropfen prallen ab und fliegen nicht so weit. Ach so, ah, okay. Verstanden? Ja. Ja, ist ja gut. Ist das egal? Ich finde ja. Gut. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. 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 So, dann ist das auch schon erledigt. Und nur andere Lampen. Was mit Lampen haben wir es im Moment. Ja, aber noch nicht. Oh, holen. Das wird mein Medizin davor hier. Ich tue nach oben noch die Kiste mit den ganzen Samen hin. Also die Kiste, die hier oben ist, tue ich zum Feld hin tragen. Achso, ja klar. Natürlich noch so halb ins Labor reinstellen. Gut, gut. Gut, 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 gut. 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 Einzige Hacke. E-ho, you bitch. Ähm... Titan... ...fackeln. Ich brauche Kohle und Holz. Oh, jetzt muss ich hier noch ein Inventar. Das heißt, ich fackeln könnte mir nichts machen. Ist das noch wieder da? Jo. Ja. Das Glas hat nicht... Ich brauche. Ich brauche das頂ig. Bitte, danke. Wozu. Ich brauche mich nicht zu. Ich brauche jetzt über die Niederlage. Ich brauche mich zu helfen. Ich brauche mich dabei. Ich brauche mich, dirай. Bis zum nächsten Mal.